So, hör mal, ne? Ach, kannst du uns sehen. Wenn so der Family ist von der Echte... Irgendjahr, wie schön. Ich vermisse, wie schön. Du bist jetzt Stimmung mit Oma rein. Ich bin Luft, ich bin nur normal die Faukel gefahren. Das ist unglaublich sanft. Äh, das ist überhaupt nicht. Mal gehen die Runde... Okay, weil... Da gehen die... So, alles da, alles geht los. So, alles da, alles geht los. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich auch. Ich mach das erst. Oh, Scheiß, Mann! Der hat noch gar nicht eingefangen. Vom Schaukeln wird mir schlecht. Echt? Ja. Er soll rum jetzt hier. Wir sind jetzt beim Schaukeln. Okay. Das ist gar nicht schaukend. Na! Das ist schon ganz... Eeeeee! Juhu! 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 Schütt, das war mein Geld! Das ist geil! Das hat Geld verloren! Oh ne, meine Tasche nicht drüber! Ist auch hier schon mein Geld! Ich merke das noch, wie es da hinten rumkullert. So, jetzt mal irgendwie so ein paar Griechenfotos machen. Juhu! 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 Ja kacke. Außer das wäre schon wieder schlechtes, aber ist egal. Noch mal, noch mal! Es wird aber auf ein Fall nicht warm, ey. Mir ist wahr und ganz ehrlich. Wie drei Minuten. Die Fahrgesuchte ist schon geil, aber die Fahrt hat sich gut gekostet. So, wir halten neu was, neue Runde. Auf geht's. Da kommen Sie jetzt wieder einsteigend. Tickets an der Kasse. Jetzt geht's wieder los. Mit der Hand strömmen Sie hier. Mein Ende ist noch abgesprochen. Ich habe noch genug gekostet. Ja, voll.